Wie gesagt, ich will keine Veränderung. Nein, die Bürger müssen doch nicht sein. Das ist eine absurd dümmliche Position, wenn ich das sagen kann. Die Bürger haben doch nicht die Veränderung. Weil wir leben in einer Zeit, wo Veränderungen der Status Quo sind. Alles verändert sich. Aber die Bürger kommen doch mal mit. Nein, nicht nur für mich, einfach für die Welt. Die müssen doch erklären, wenn Sie sagen, die CO2-Steuer ist gut für die Leute. Wer soll es denn bezahlen? Erklären Sie das bitte mal den Leuten. Dass Ihre CO2-Erhöhung auf 60 Euro die Tonne einer vierköpfigen Familie im Jahr 1440 Euro mehr kostet pro Jahr. Das müssen Sie doch erklären. Das sind soziale Umbrüche. Dann lassen Sie erklären, wie die Menschen das Geld machen. Wie soll das zugutekommen?